Diese zwei Stockwerke, wo wir wohnten, wurden uns zum Schluss angeboten für 31.000 Euro, die wir beide, Frau Kostanza-Lanzer und ich Skaleo, nicht abwenden. Heute kosten diese zwei Stockwerke 1,1 Millionen. Deshalb gehen wir. Das ist nicht mein Geschäft. Niemals. Das ist nicht meine Aufgabe. Ja, aber du hast dir den Raum schwarz gemalt, um dich deine Arbeit zu hinterlassen. Ich hatte in eine schwarze Seele eingepflanzt, mit der Bemerkung, viel Spaß damit. Und hier in der Ausstellung haben wir eine weiße Seele. Mit der Bemerkung, viel Glück damit. Was immer noch's behind it. Hm? Das war's nicht Robin. Wir schauen uns immer wieder in dieël.